Ahoi, liebe Leidensgenossen hier bei unserem Kanal. Kreuzfahrt-Gemper. Wir haben was zu berichten. Ihr habt es schon gelesen. Und wann gibt es das zu berichten? Nach dem Intro. Wir schreiben den 10.1.2023 Und gestern waren wir an der Therme in Erding, wollten da heute rein und dann gab es die Hiobsbotschaft vom Autohaus, also von der Werkstatt. Da hatten wir keinen Bock mehr auf Therme, ehrlich gesagt. Und bevor wir jetzt in die Detailtiefe gehen. Wir brauchen keine Ratschläge bezüglich, nehmt euch einen Anwalt. Und also alles, was wir gemacht haben, als allererstes ist den rechtlichen Weg geprüft. Wir haben... Dazu kommen wir gleich. Ja, genau. Bevor ihr damit anfangt und uns das nochmal besser wisserisch reinschreiben wollt. Es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Wir wissen die rechtliche Lage. Also dementsprechend, das ist jetzt hier ein Feedback, was wir jetzt erlebt haben, was jetzt auf uns zukommt. Das wollen wir berichten. Aber wir bitten darum, dies einfach sein zu lassen, weil das hilft uns nicht weiter. Und deshalb, denke ich mal, kommen wir jetzt zur eigentlichen Geschichte. Genau. Ja, angefangen hat das ganze Drama im Endeffekt vor Weihnachten im November. Ich habe festgestellt, dass wir ein rauchendes Fahrzeug haben. Sehr viel Qualm auf der Straße war, warum auch immer das passiert ist. Die Werkstatt hat ja den Dieselpartikelfilter und den Turbolader als ein Problem sozusagen erkannt. Dies war auch so. Aber das soll jetzt natürlich noch nicht alles gewesen sein. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Und ja, wir haben jetzt im Prinzip die Fehlerursache oder eine weiterführende Folge. Aber nicht daraus resultieren, dass die beiden Sachen kaputt gegangen sind. Sondern noch ein zusätzliches Problem, dass das Fahrzeug jetzt im Prinzip weiter raucht. Und das ist halt das Problem. Also ich muss mal kurz einhaken. Also wir hatten auch noch diese Problematik, dass sich das ja nicht neu anlernen lässt. Genau, richtig. Das hat ja ewig so hingezogen. Da hattest du ja noch Kontakt von Fiat direkt, dass da was gemacht werden soll im neuen Jahr. Richtig. Das haben sie dann tatsächlich jetzt in der letzten Woche hinbekommen. Das Fahrzeug wurde angelernt. Also der Dieselpartikelfilter wurde angelernt. Aber dann hat es leider immer noch gequalmt. Genau, nicht mehr so stark, wie es am Anfang war. Also der Turbolader hatte den Dieselpartikelfilter ja durch das Öl zerschossen. Das ist auch definitiv so gewesen. Aber ja, das Problem geht weiter. Warum raucht der Wagen? Und das, ja, liegt einfach daran, dass der Kraftstoff verunreinigt ist. So, jetzt ist die Frage, warum ist der Kraftstoff verunreinigt? Das haben wir natürlich jetzt auch überlegt. Wir haben dort, ja, mit der Werkstatt erstmal gesprochen. Wie kann das passieren? Und klar dazu zu sagen ist, das Kraftstoffsystem kommt nicht mit, ja, oder beziehungsweise das Kraftstoffsystem hat nicht irgendwelche Betriebsflüssigkeiten, andere, die es in Berührung kommt. Bis auf die, wie heißen sie, die Einspritzdüsen. Wobei da aber auszuschließen ist, dass dort Verunreinigungen von dort herkommen. Weil wenn dort Verunreinigungen kommen, dann ist das Späne. Dann sind die Dinger kaputt, weil die zerfressen sind. Und das ist hier nicht der Fall. Sondern wir haben einen Ölschlamm oder einen Schlamm, sogenannte Dieselpest im Tank. Also das heißt, das Fahrzeug muss desinfiziert werden, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also da ist halt, Bakterien haben sich da drin gebildet. Und die haben den Diesel zersetzt und haben uns das gesamte Kraftstoffsystem kaputt gemacht. Ja, wo das Ganze hergekommen ist, ja, dazu gleich mehr in einer anderen Position, würde ich sagen. Die erste Frage der Werkstatt war, erstmal haben wir im Ausland getankt. Also man hat halt gesehen, dass dort Verunreinigungen im Tank sind. Und es ist darauf hinaus zu schließen, dass es von irgendeiner Tankstelle kommt. Und ganz klar, wir haben nicht in einem nicht-europäischen Land getankt, was, ja, diesen Dieselkraftstoff nicht nach der Norm haben sollte, wie auch immer. Falsch betankt, kann ich auch gleich dazu sagen, haben wir nicht. Das ist auszuschließen. Wir führen dafür ein Buch, wir führen dafür Quittungen. Das ist definitiv nachvollziehbar. Und, das hat auch die Werkstatt gesagt, das müsste man riechen. Genau, also man, es ist, es ist Diesel, er ist aber milchig. Das ist das Problem. Und dort in den ganzen Pumpen und so weiter, also hier unten neben dem Fahrersitz, habt ihr so eine kleine Serviceklappe, da drin sitzt die Pumpe, die Kraftstoffpumpe. Dort sind schwarze Ablagerungen, sind keine Späne. Also das blenden wir euch auch gerade mal ein, dass ihr das seht. Genau, auch im Filter, der ist komplett schlammig. Also da ist halt wie ein, ja, wie ein, ich sag mal, Dreck, der da drin entstanden ist. Also so eine, ja, weiß ich nicht, flauschigen, das ist ein bisschen blöd zu sagen, aber so wie so flauschige Dinger, die da drin rum sind. Und, ja, Fiat sagt dort ein Prozedere und zwar alles erneuern, komplett. Den Tank, die Leitungen, die ganze Hochdruckanlage, ganz, ganz wichtig. Einspritzdüsen, alles muss komplett neu. Alles, was mit dem Zeug in Berührung gekommen ist, ein Spülen ist da nicht ratsam. Wenn man ein Spülen macht, dann kann es halt wieder irgendwelche Rücksplände geben. Auch wenn es halt gerade diese Dieselpest, diese sogenannte Dieselpest ist, dann ist es halt so das Problem, dass dort das nicht desinfiziert werden richtig kann. Also das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass das dann sich wiederbildet und wiederkommt. Kosten für den Kunden, ganz klar, nicht für Fiat, logischerweise, weil sie sagen natürlich, was ich verstehen kann, das Fahrzeug wurde betankt, es wurde ein schlechter Diesel eingefüllt, es ist nicht unsere Baustelle. Genau, weil wir haben eine Gewährleistungsgarantie von zwei Jahren. In dem ersten halben Jahr geht das alles auf Kappe von vier, dann müssen die das beweisen. Jetzt müssten wir alles beweisen. Und dadurch, dass es nur Tank ist, Vier tankt nicht die Autos und auch die Werkstatt tankt die Autos nicht. Also ist das irgendwo wann passiert? Ich erzähle euch gleich, was ein Sachverständiger gesagt hat, was ein Rechtsanwalt gesagt oder Rechtsanwältin gesagt hat. Also wir haben uns da rechtlich beraten lassen, definitiv, weil ich natürlich nicht einfach so diese 10.000 Euro, die jetzt hier im Raum stehen, bezahlen will, ohne dass ich zumindest weiß, welche rechtlichen Maßnahmen wir haben. Und das gilt übrigens für jeden. Also welche rechtlichen Maßnahmen man da hat, ja, das erzählen wir euch jetzt nochmal. Also nachdem wir den Anruf bekommen haben, saßen wir hier und haben sehr viel diskutiert. Ja. Was machen wir jetzt etc. Die Werkstatt hat gemeint, vielleicht geht es über die Vollkaskung. Genau. Dass die das übernimmt, dass die Versicherung das übernimmt. Das haben wir als erstes erstmal prüfen, also geprüft. Die Vollkaskung macht es nicht, weil es dort, ja, es ist ja im Prinzip unser Fahrzeug und wenn halt falsch getankt wurde oder wie auch immer, dann ist der Halter dafür zuständig, nicht die Versicherung. Die Versicherung tritt dann nur ein, wenn jetzt absichtlich was zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wo hier eingebrochen wurde zum Beispiel. Na, also dann ist es ein Teilkaskoschaden oder ein Kaskoschaden, so nennt man das. Dann würde die dazu was zahlen, allerdings nicht den Inhalt des Fahrzeuges. Das heißt, jetzt solche Sachen wie Benzintank und so weiter ist generell erstmal nicht abgesichert. Also das steht auch in, ich sage mal im Kleingedruckten, wir lesen da eine ganze Menge da mittlerweile drüber, aber ja, da hast du halt keine Chance. Dann haben wir Rechtsanwalt, beziehungsweise vorher haben wir die Rechtsanwältin. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung logischerweise, habe ich befragt und wie unser Werdegang dazu ist. Und als Kunde bist du erstmal in der Beweispflicht. So, das heißt, du musst erstmal herausfinden, warum ist das passiert. Es ist hier, das hat ein Sachverständiger gesagt, kommen wir auch gleich zu, auszuschließen, dass das vom Motorsystem dort kommt. Sondern es ist, wenn dann, ein verunreinigter Kraftstoff. Und da ist es jetzt erstmal so, jetzt musst du als Kunde erstmal beweisen, selbst wenn du alle Quittungen hast, musst du beweisen, welche Tankstelle hat denn das Problem gehabt oder hat denn dieses Problem verursacht. Sei es da Wasser drin oder sei es da irgendwelche Dieselpests schon im Tank drin gewesen, weil es irgendwelche Verunreinigungen da halt drin waren. Das können wir halt nicht, ja, können wir nicht beweisen. Wir haben eine Tankstelle in Vermutung, die bei uns, wo wir halt, ja, ich tanke da mittlerweile eigentlich sehr selten noch, weil ich schon früher gemerkt habe, dass ich irgendwie so ein bisschen komische Phänomene hatte beim Fahren. Aber wie es manchmal ist, tankt man ja dann doch mal wieder da. Man hätte ja auch mit einem anderen Auto da keine Probleme hatten. Ja, naja, was soll man halt dazu sagen? Also es ist halt das Problem, wir müssen es beweisen und wir können es nicht beweisen. Das ist halt dabei Fakt und das ist auch die rechtliche Lage. Der Rechtsweg ist da nicht ausgeschlossen. Ich kann alle möglichen Leute verklagen. Es wird dir aber nichts bringen, nur Kosten, weil du es nicht nachvollziehen kannst. Du müsstest im Prinzip dann eine Probe entnehmen und zwar direkt danach, nachdem du getankt hast, weil da jetzt ja schon wieder eine andere Charge drin ist. Wir haben das Phänomen vor drei Monaten gehabt. Jetzt kommt die Werkstatt erst damit um die Ecke, weil jetzt das erst herausgefunden wurde, weil man halt da jetzt natürlich erst reingeguckt hat. Es ist halt schwierig. Also da würden wir keine Schadensersatzsprüche, Ansprüche stellen können. Das wird nicht funktionieren. Und Sachverständige zu der ganzen Meinung, wir können den Diesel analysieren lassen. Es ist auszuschließen, dass das von der Hochdruckpunktepumpe oder von Injektoren oder irgendwie sowas kommt. Denn dann, wenn dort was kaputt geht, entstehen Späne. Das ist in dem Fahrzeug nicht. Dieses, was da jetzt entstanden ist, ist einfach so eine Dieselpest. Also so ein Schlammzeug, also durch Bakterien und was weiß ich nicht alles. Also der Diesel fängt an, sich zu zersetzen. Das ist das Problem. Und verunreinigt damit die Hochdrucksysteme des Fahrzeuges, weil dieses Fahrzeug ist so empfindlich, dass das das einfach nicht abkann. Das ist da halt passiert, weil halt schlechter Diesel drin reingetankt wurde. Ja, und wir können analysieren. Wir können alles Mögliche machen lassen. Es kommt darauf hinaus, dass der Diesel verunreinigt ist, dass da halt eine Schlammpest da halt entstanden ist. Aber das nachzuweisen, sagt auch der Sachverständige, also die Meinungen sind da alles sehr klar und eindeutig, ist halt das Problem, dass das unsere Anliegen ist. Wir können natürlich zur Tankstelle fahren und gucken, ob ich irgendwelche Kunden dort finde, die dort die gleichen Probleme hatten oder sowas. Wenn, betrifft das sowieso nur Fahrzeuge, die Euro 6D oder irgendwie sowas haben, weil das betrifft nur moderne Fahrzeuge, nicht alte Fahrzeuge. Geil für Fahrzeuge, können damit um, das ist kein Problem, aber die modernen Fahrzeuge nicht. Dazu muss man auch sagen, die Tankstelle, wo wir getankt haben, ein bisschen in die Jahre gekommen ist sie schon, aber man macht sich ja nicht so die Gedanken darüber, dass das vielleicht Probleme verursachen kann. Ich muss auch ehrlich gestehen, naja, das sage ich gleich nochmal, aber auch wenn der Tank vielleicht dort bei der Tankstelle nicht in Ordnung ist oder sowas, es steht aber dran, dass es nach der Norm so und so getankt wird oder geliefert wird und da muss ich als Kunde drauf vertrauen. Ich kann ja nicht bei jedem Tankvorgang mir erstmal eine Probe nehmen, die analysieren lassen und dann weiterfahren. Also das ist ja nicht praktikabel, das wird ja keiner von uns machen. Ja, das Thema ist halt echt blöd gelaufen und Kosten trägt der Kunde, weil Schuldige kriegst du nicht, hast du nicht. Jetzt ist erstmal eins, wir wollen das Fahrzeug natürlich wieder haben. Das heißt, wir haben die Reparatur beauftragt, die Werkstatt versucht, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Wir werden aber an die 10.000 Euro gelangen, weil alleine Materialkosten schon mindestens siebeneinhalb sind. Das sind die Düsen, die natürlich so teuer sind, die Einspritzdüsen, die Hochdrucksysteme, der Tank und so weiter und so fort, Leitungen, das läppert sich halt alles zusammen, wenn du halt das gesamte System austauschen musst. Ja, dann sollte das Thema durch sein, dann sollte der Wagen wieder laufen. Aber jetzt stehst du natürlich da als Kunde und sagst, wie kann ich denn das verhindern? Du kriegst Angst, überhaupt zur Tankstelle zu fahren und den Tankrüssel zu benutzen und dir irgendein Schrottzeug in den Tank zu füllen. Ich weiß nicht, wie es euch in so einer Situation gehen würde, aber mir ist es ziemlich mulmig. Und ich muss sagen, jede Tankstelle, die ich anfahre und dann das Fahrzeug tanken werde, bin ich nicht so, ja, nicht so cool mit. Ich sag's mal so. Weil ich nicht weiß, ob da der richtige Kraftstoff rauskommt in der richtigen Norm, wie ich nie brauche für das Fahrzeug. Da stehen wir nur. Also das heißt, wir lassen das Fahrzeug reparieren, aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, ob wir im halben Jahr oder im Jahr wieder da stehen und sagen müssen, ja, schönen Dank auch, war vielleicht nicht die Tankstelle, war eine andere, wo wir weiter tanken. Also wir haben uns jetzt gesagt, wir werden erst mal, wenn wir das Auto dann erst mal wieder kriegen, werden wir erst mal so was wie Ultimate tanken. Also nur Superkraftstoffe, also ich sag mal Diesel Ultimate oder ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, also mit einer noch höheren Norm, noch mehr Zusatzstoffe. Dann werden wir gucken, dass wir so genannte Adjektive dazugeben zu dem Fahrzeug, zu dem Diesel und hoffen, dass wir damit solche Sachen, selbst wenn wir halt im Ausland tanken, weil es gibt ja nun mal nicht immer nur Ultimate und was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja, das gibt es im Ausland gar nicht, da gibt es nur Diesel und Benzin. Was ja auch verständlich ist, alles gut, ich habe da bisher auch nichts von gehalten und ich bin da auch immer noch so ein bisschen, wo ich denke, ja, es sagt mir ja auch nichts, dass ich da nicht trotzdem mir irgendwas reinhole, wenn der Tank bei der Tankstelle schon verunreinigt ist oder was auch immer halt. Ja, also wir zanken auf jeden Fall mit einem nicht guten Gefühl in Zukunft und hoffen, dass wir unser Fahrzeug irgendwann auch bald wieder kriegen, weil natürlich wird noch mal geprüft, alles, was jetzt auseinandergenommen wird, ob da irgendwas Auffälliges ist, dass wir halt alles mögliche ausschließen können. und alles wird dokumentiert, das haben wir auch besprochen mit der Werkstatt, damit wir einfach, wenn noch was ist, dass wir sagen können, Fiat, da ist eure Baustelle oder das ist unsere Baustelle, auf jeden Fall. auch eine Dieselprobe, die nehmen wir noch mit, die werden wir noch im Prinzip mitbehalten. Da kann man auch noch eins zu sagen, also man hat ja gedacht, dass das vielleicht auch Wasser oder sowas in dem System ist, das ist es nicht, weil Wasser setzt sich ab, das ist ja, wie heißt es, also das Diesel ist ja ölhaltig, das heißt, das ist schwerer und schwimmt oben, ist das so rum, oder andersrum, naja, ist egal, auf jeden Fall setzt es sich ab und es hat sich nichts abgesetzt, also wir haben das über mehrere Tage stehen lassen und da hat sich gar nichts abgesetzt, es ist halt einfach eine milchige Flüssigkeit und ja, auch auszuschließen ist, dass dort irgendwas von AdBlue, weil das kam auch schon in den Tank geraten ist, es ist definitiv kein AdBlue in den Tank geraten, das Fahrzeug ist abgeschlossen, da kann kein anderer ran, wenn ich AdBlue tanke, immer grundsätzlich so Deckel auf vom AdBlue Tank und nicht vom vom Dieseltank, das heißt, wir haben so eine genannte Sperre, damit uns keiner was in den Tank reinpacken kann für diesen AdBlue Tank, das heißt, von Steel.de, ich glaube, das kennen einige, dann schließe ich den Tank auf, nehme das Blech runter, schließe den Tank sofort wieder zu, bevor ich überhaupt den AdBlue Tank aufmache und wir hatten einen leeren AdBlue Tank davor, also aber auch noch mehr davor, also zwei Monate oder naja, zwei Monate sind wir jetzt nicht, aber einen Monat davor noch und den habe ich davor im Prinzip betankt und das Fahrzeug hätte den Tank ja nicht wieder als grün gesetzt, dass er voll ist, wenn ich nicht AdBlue hätte in den richtigen Tank gefüllt, also ist auch auszuschließen, also irgendwelche Verunreinigungen von unserer Seite ist definitiv nicht gewesen, also das können wir definitiv ausschließen, aber wir können nicht ausschließen, dass es von der Tankstelle passiert ist und das ist halt das Problem. Das ist jetzt erstmal ein Sachstand, den wir haben, den wir euch mitteilen wollten. Es wird Updates geben auf jeden Fall, das kann ich sagen, soweit wir wieder neue Informationen haben, werden wir da auch weiter am Ball bleiben, aber erstmal tragen wir die Kosten. Genau, definitiv kein Rechtsstreit, weil wir nicht mehr wissen, wen wir verklagen könnten, also wie gesagt, wir können es nicht beweisen, das ist das Problem. Und die Rechtsanwältin und auch der Sachverständige, mit denen wir kommuniziert haben, raten eigentlich einen davon ab, also sagen, es würde nichts bringen. Die Chance ist bei 0,0001%, wenn überhaupt. Genau, und alle Kosten, die wir mit rechtsmäßig jetzt in Anspruch nehmen, wir könnten das machen, aber die bleiben bei uns. Du hast keine Chance, weil du kannst ja, wenn du den Rechtsstreit nicht gewinnst, auch das nirgendwo weitergeben. Das heißt, alle Rechtswege werden dann nur noch teurer. Das heißt, wir verursachen nur noch mehr Kosten. Ja, also werden wir das auch nicht tun. Ja, das ist der Stand. Ich glaube, es reicht langsam, dass wir noch mehr heute erzählen. Ja. Wir sind geknickt, ich denke mal, das ist verständlich und, ja, verständlich und jetzt würde ich sagen, bleibt uns trotzdem gewogen. Ja, wenn wir das Fahrzeug wieder haben, weitere Videos, und so weiter, also auch Reiseflux und so weiter, wird es sicherlich weitergehen. Wir werden da nicht jetzt den Kopf in den Sand stecken. Ja, müssen wir machen, wir müssen wieder Einnahmen generieren, damit irgendwie die Kosten uns irgendwie gedeckt werden. Tja, im Moment muss ich erstmal an die Ersparnisse ran, sagen wir es mal so, logischerweise. Ja. Ja, aber wir schließen jetzt das Video und sagen, ja, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.